Der Ida-Adventskalender. Mit Türen, die letztes Jahr nicht für jeden aufgegangen sind. Ich will nochmal was sagen hier aus Sicht von Rheinland-Pfalz. Also Ungeimpfte sollen nach unserer Verordnung gar nicht feiern. Die dürfen sich eigentlich nur mit Ungeimpften treffen im eigenen Hausstand oder mit einer weiteren Person aus einem anderen Hausstand, zwei Personen. Untertitelung des ZDF, 2020